Hi Leute, wir sind's wieder. Die Reise geht weiter. In unserem nächsten Video zeigen wir euch, wie es von Mosta nach Ucine geht. Genau, die Stadt liegt an der albanischen Grenze und wir sind ein bisschen getrampt und ein bisschen Bus gefahren. Das seht ihr jetzt im folgenden Video. Viel Spaß! Wir hatten ein paar Kilometer mitgenommen von Mosta Richtung Dubrovnik. Von dem Fernsehteam, wo wir ein Interview gegeben haben vorhin. Wir sind in irgendein Kap gelandet. Ja, und jetzt saßen wir glaube ich heute schon in vier verschiedenen Autos. Vier. Aber sind immer noch 95 Kilometer von Dubrovnik entfernt. Heute ist das Trampen ganz schön schwer irgendwie. Ja, danke. Vier. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020